Grüezi miteinander, herzlich willkommen zum Daily Vlog. Wir hatten ja einen Kindergeburtstag. Also ich schneide das mit dem Kindergeburtstag von gestern. Die Kinder einfach nur hier sitzen lassen und eine süße Schokküche zu essen, haben wir noch ein bisschen Hirntraining gemacht. Wo ist bei einem Baum hinten? Dann ist so eine Frage. Wann wird das Heu geschnitten? An dem habe ich halt speziell Freude, weil das Heu wird nicht geschnitten, das Gras wird geschnitten. Jeder hat zwei, drei Handvollen Lego-Teile bekommen und dann bin ich rumgelaufen mit dieser Platte und dann musste jeder zwei, drei Teile, oder was er gerade hatte, drauf bauen. Die Schuhbändel, da gibt es doch die harten Enden. Wie heissen die? Die Geschichte hier, oder? Das haben wir jetzt abgehackt und das ist vergessen. Und dann habe ich gedacht, dass ich die Bagusbox wieder einmal hier hinein hängen kann. Das ist ja auch, der Deckel ist da ganz schön zum 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 zu machen bei der Bagusbox. Und da kannst du wirklich schön greifen. Du kannst noch eine Plombe drauf tun. Es ist da noch ein Loch, da kannst du noch plombieren. Ich bin ja der erste in der Schweiz, die alle vier Farben an einem Stück auf einem Ort hat. Das macht mich schon ein wenig stolz. Das ist auch ein gesponderter Artikel von den Fellowes. Es ist schon so, die Amerikaner haben ja dann wegen dieser Erfindung angefangen in diesen Schachteln zu erleben. Ein Projekt abzuschliessen, eine Schachtel zu machen und das dann zu archivieren. Und ich muss sagen, seit ich sie selber habe und auch spüre, wie sie sind, brauche ich sie immer mehr. Weil sie sind wirklich toll, sie sehen gut aus. Das wäre es auch schon beim Televlog. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Bitte abonnieren nicht vergessen. Danke und danke. Tschüss. 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 Tschüss.